so moin moin und damit willkommen zu einem weiteren unboxing ich dachte mir einfach mal ich nehme euch mit auf diese wunderbare rund reise ich liebe es immer mir solche unboxings anzusehen wenn man vorher nicht genau weiß was drin ist und ich weiß es in diesem fall sogar auch nicht weil das ist schon ein bisschen her dass ich mir das bestellt habe ich weiß nur dass es toller rollenspiel innerhalb ist und deswegen möchte es jetzt gemeinsam mit euch auf und ja gut ich hätte es natürlich wissen können ihr könnt es so noch gar nicht wissen ich kann das hier tatsächlich tatsächlich so aufmachen ich mache den ganzen das ganze paket schon mal ja hier an den laschen auf und dann ich schaue noch nicht rein ich nehme euch dann wieder mit aber dafür brauche ich gerade mal zwei hände bis gleich zwölf sekunden später so das ganze ding ist jetzt hier offen ich habe noch nicht rein gesehen wie gesagt ich wollte euch da mitnehmen machen wir mal auf das ganze ist noch ein bisschen weiter verpackt kann man immer noch nicht erkennen dann aber ich überlege gerade vorsichtig mal anheben ohne was zu machen nehmen wir mal das paket hier weg so an die hand wechseln wir ziehen hier ganz vorsichtig das erste raus die karte ktudianer das ist das was ich mir jetzt bestellt habe weil ich da auch mal rein gucken wollte ohne pdf okay das ist jetzt ein karten karten spielsekt einen karten spieldeck vier ressourcentecks für jede spielrunde zumindest für jede ktudo spielrunde und das macht tatsächlich wenig sinn dass man das als pdf erwirbt zum einen ist es so gar nicht da als pdf man muss einfach karten in der hand haben die kann man mischen ich werde uns das noch mal gesondert dann aufmachen und dann gucken wir da noch mal so rein ist noch eingeschweißt selbstverständlich sein geschweißt wir gucken uns gerade mal das nächste was haben wir hier mystiker und magier ja das ist längst über fertig ich habe ja schon das grand grimoire habe ich schon rezensiert und viele verschiedene andere sachen aber mystiker und magier fehlt mir tatsächlich noch und ich habe auch schon einen blog artikel auf meinem auf meiner eigenen homepage habe ich auch schon ein bisschen darüber gesprochen wie man zauber sprüche für ktulu oder für andere systeme wirklich nützbar macht und hier muss ich jetzt mal gucken ob das hilft das ist ein profe band da kann man dann magier mit bauen mich wird sehr interessieren ob oder wenn ja wie das hier gelöst worden ist und ich habe schon ein magier gespielt einen priester ein hoher priester das war in der runde von michael jägers wer da noch nicht hier mit gehört hat dem werde ich das verlinken einfach mal oben auf das i drücken das war staffel 8 da haben wir im jahre 1890 haben wir gespielt es ist aber keine reine pegasus werbe veranstaltung sondern wir haben auch splittermond uns organisiert und zwar farrukan unter dem faunthron auch dazu habe ich ja erst neulich ein podcast gemacht da auch noch mal oben auf das i drücken wer sich ein bisschen was bilder mond informieren will wir haben hier farrukan das ist eine regionale spielhilfe für ja unter dem faunthron das ist so ein bisschen irak iran zweistrom land mesopotamien und wer an fruchtbaren regionen nahe der wüste ebenen spielen will der könnte hier mal rein gucken das ist jetzt noch mal eine empfehlung die habe ich mir geben lassen von seldom found den ja da noch mal ganz recht herzlichen dank und das ist jetzt das wie was ich mir jetzt hier die nächsten paar tage angucken möchte genau aber wir haben hier tatsächlich noch ein weiteres das ist immer schön wenn man nicht weiß was man sich also bestellt hat ha mensch das nächste werk death watch der imperator beschützt das ist jetzt ehemals von fantasy flight games das könnt ihr hier unten sehen aber mittlerweile herausgegeben von games workshop das ist hier noch so ein heidelberg drauf heidelberger spieleverlag mittlerweile wird glaube ich herausgegeben von ulysses aber wenn hier kein kein grünes logo drauf ist dann ist das tatsächlich noch ein buch was etwas älter ist beziehungsweise was noch nicht nachgedruckt worden ist wenn ihr es irgendwie rattern hört dann das was meine kaffeemaschine keine ahnung ob ihr die hören könnt ja das ist so das was ich mir jetzt vor kurzem habe bestellt da muss ich dafür bezahlen death watch splitter mode mystiker und magier und dann die karte ktulianer das hier ich muss mal reingucken in die ganzen karten die können wir uns dann noch mal gesondert wie gesagt in einem unboxing angucken wenn ihr da lust zu habt ich hoffe dass ich die auch für alle anderen spielrunden benutzen kann und nicht nur für ktulu naja für kult oder die genesis oder so was wird das sicherlich auch funktionieren müssen wir so mal ein gesondertes video zu angucken und ja wie gesagt so eine durchgeblätterte videos mache ich eigentlich nicht wenn ich irgendwas rezensiere wenn ich irgendwas rezensiere dann mache ich das mit einer pdf wenn ihr da irgendwas von sehen wollt entweder mystiker und magier oder farukern oder auch das watch dann schreibt mir einfach eine nachricht unter dieses video und dann organisiere ich mir eventuell die pdf dazu von den verlagen von den verlagen und dann können wir das hoffentlich auch noch mal gemeinsam uns ansehen das ist mich relativ dick hier auch ich glaube das hat ein paar seiten mehr 120 oder sowas bin ich mir gar noch nicht ganz sicher aber ja das ist so das was ich mir jetzt geholt habe organisiert bestellt falls es euch interessiert hat gebt einen daumen hoch wenn ihr sowas nicht wieder sehen wollt dann gibt einfach einen daumen runter das hilft mir auch dann mache ich solche sachen nicht mehr gut wir sehen uns beim nächsten mal wieder bis dann ciao